Gute und herzlich willkommen, ne Quatsch, 3, 2, 1 Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, oder zu unserer ersten Folge, gell? Ja, unsere COD Advanced Warfare und zwar, wir spielen erstmal klassisches Team Deathmatch Ich hab, wie ihr seht, hier rechts in der Seite, hier da so, ich hab den Mega The Gaming dabei Ja, Gute und ich hab den Zockerlpapa dabei Gute Und, ähm, ja, wir spielen erstmal ein bisschen klassisch, mal so ein bisschen die Maps kennenlernen, das ist ja ganz wichtig, immer beim COD Auf jeden Fall Da sind so viele neue Maps dabei, da gibt's Maps, wo Kano muss langlaufen Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das mal überlege, wir sind nicht schlecht in Call of Duty, muss man mal jetzt ganz ehrlich sagen, so schlecht sind wir ja nicht Aber, ja, also ich finde, wenn wir uns so manchmal sagen, wir reden uns manchmal einfach nur zu schlecht Und wenn ich dann so sehe, wie wir, wie dann manche, oh, wie dann manche Leute hier spielen, mein lieber Mann, da frage ich mich, wie lange haben die das Spiel schon Das ist nicht, wie lange haben die das Spiel schon, du kannst gucken, wie viele Stunden haben sie schon gespielt Hier, du musst, äh, denkt an den gelben Punkt, bin ich auch am Merk, ne? Ja Ich schmeiß doch mal was raus Ich habe die Kontrolle Der ist überhaupt kein Kano, sind denn die alle, hallo? Gieß da ein? Ich hab einen gefunden, hihihi Der ist tot Oh Ey, du stehst mir im Weg Ich hab auch einen gefunden Ja Ich hab auch einen gefunden Ja, hab ihn umgebracht Da kommen noch viel mehr Ich hab noch einen gefunden Hihihi Im Haus, gell? Ich hab ihn getroffen, ach kacke, ich bin tot, der kam von hinten, im Haus Die kommt von hinten, pass auf Äh, den habe ich eben gar nicht gesehen, wo kommen wir denn jetzt? Ach, hinterm Auto ist er rausgestiefelt Feindliche Drohne über uns Das ist... The Mr... Das war The Mr... Ach was... Gelbgrün bist du ja Gelb bist du, ne? Ach, hast Granate geschmissen grad Ja, du auch, oder? Boah, ich bin tot Ja, der kam in die Ecke Das kann schon Das muss ich mir jetzt mal angucken Nein! Guck dir her! Ach, zu dritt kommen sie da reingestiefelt hier, das kann doch nicht wahr sein Das ist schmierdeuer Nehmen wir noch da im Haus Mal gucken, die sind da irgendein... Hast du mich grad nur konzentriert oder warum sagst du nix? Ja, ich hab mich grad konzentriert, ich hab grad wen gekillt, aber ich bin tot Ach so, da musst du mich schneller so konzentrieren, weil man tot ist, gell? Ne, ich war grad am Leben, aber ich hatte grad wen gekillt Und dann kam auf einmal einer von hinten Oh, das ist ja ein eigener, das müssen wir stumm Da ist aber ein... Ach, nee, oder? Ich bin so... 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 Ja, das ist richtig schwierig manchmal, ne? Alter, da liegt er in die Ecke und wagt auf einen her, das kann doch nicht wahr sein Die Leute, die machen auch keinen Warnschuss oder sowas Die... Die... Die Kollegen, ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Kollegen, die laufen einfach drauf rum Die... das ist denen egal, ob du dann stirbst, das ist doch kein Team Deadmatch dann Ich meine, ich rette doch auch meine Kollegen, oder nicht? Auch wenn ich nicht grad mit denen im Teamspeak oder... Oder... Wo auch immer sein möchte Da, guck dir den an! Ey, da liegt er sich hin und wartet, bis einer vorbeiläuft Der kennt mich im Grand Hell wer Krass alter, der hat dreimal auf mich drauf gestochen und mich nicht bekommen Ach der Geschnetzel das, heute Heute gibt's Geschnetzel, jetzt gibt's Mega-The-Gaming-Geschnetzel das Ja, komm her, das ist so ätzend Und dann kommt der von hinten Der macht auch nix Der sagt auch nicht einen Ton Es müsste mal echt bei Call of Duty so ein Update geben Dass du so Waffen, weißt du, so sagen kannst Äh, Achtung, da kommt wer, weißt du was ich meine? Äh, ich weiß was du meinst Wir haben den Vorteil verloren Wir haben den Vorteil verloren ist schlecht Ja, ich war grad der Kill, der den Vorteil verloren hat Müssen wir mal ein bisschen was tun hier Ach, das ist das, was ich meine Also ich bin noch nicht ganz so breit Aber die Waffe, die finde ich gut Die ASM1, Reckless Wir hätten noch eine Runde einspielen sollen Die erste Runde ist immer Käse Jetzt legen sie sich die ganze Zeit auch da hier in den Haus rein Ja, pass auf, die laufen auch immer wieder in dieses eine Haus rein Das ist immer selber, weil sie sich am besten verteidigen können, wenn sie nicht sterben Da, nix zu, tot hier Ich hab die Schnauze wollen jetzt, jetzt geht's los hier Bein auf mich geschossen, das geht immer gar nicht Alles klar, war ich ein Spielverderber Alter, wie ich den Eiscount noch gekillt habe, der wollte mich messern. Ach MP11 natürlich, da muss ja immer so einer mit der MP11 rumrennen. Das ist schon wieder so eine Kackwaffe MP11. Boah, krass, Alter. Gut. Ich habe gerade übertriebenes Eierflattern gehabt. Oh, ich habe jetzt wohl einer mit der Granate erwischt. Das dauert noch lange, schon lange mehr geschafft. Eine Eier, ein Eier, ein Eier, ein Eier, ein Eier. Aufstieg, Rang 20. Alter, krass, jetzt habe ich mich erschrocken. Die laufen aber auch wieder nur in das Haus rein. Nur in das Haus rein. Immer wieder. Ja, ja, das ist immer selbe, weil sie sich am besten verteidigen können. Ich muss, glaube ich, unbedingt mal ein Dings loswerden. Ich habe schon eine Schaltung, da ist hier drauf. Ich glaube, der muss schon, nee, weg machen. Wir müssen auch zusammenhalten. Wir müssen zusammenlaufen und das müssen wir uns... Wo bist denn du? Oh, da. Gute. Dann komm. Da sind wir bestimmt wieder. Feindliches ohne online. Achtung. Niga, was machst du? Ich habe nicht geschossen, ich habe Dings geworfen. Alter, das hat sich hingelegt. Da kenne ich der, dieses hier MP11-Fuzzi. Ich bin schon gerade Helfer, MP11. So ein Kacker. Ein blödes Arschloch, da. Und MP11, leider. Alter, von hinten, von hinten, von hinten. Ich wollte gerade den Arsch ritten und auf einmal... Achtung, feindliche Vorräte. Ich weiß nicht, wo der rumgeladet ist. Ich habe das Problem. Man sieht ja immer, nee. Feindliche Drohne online. Alter, die Drohne sonst. Das ist ja hier, nix rumspringen, Spaggot. Ich habe mir heute ein Video angeguckt von Ungefilm. Von wem? Von ungespielt. Da hat er auf seinen Zweitkanal ungefilmt. Dann hat er ein Video dazu gedreht. Wir... Jetzt überlege ich gerade, wie hieß das? Ne? Da hat er ein Video drauf gemacht, so. Wir beleidigen keine Leute als Scheißer. Und dann sagt er die ganze Zeit so. Du Wurensohn und so. Ja, ja. Beim nächsten Mal muss das anders werden. So. War eine Scheißrunde, mal ehrlich gesagt. Ja, aber wir haben 10 Minuten rum. Jetzt hast du mal eine Scheißrunde. Machen wir noch einen da? Ne, mach mal eine Folge. Das ist nur Folge, ne? Ne. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sind ja jetzt gar nicht so schlimm. So schlimm ist es gar nicht. Ich bin 8.16. Mega-Dremen. Macht's gut, bis dann. Und jetzt kommt...